moin moin liebe leute und ein herzliches willkommen zurück und da kommt ein wolf ja 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 den habe ich den habe ich warte mal der muss ich noch reparieren halt runter mit dir doch eigentlich da genau so gleich zum starten runde wölfchen hier spielen ok demnächst kommen sowieso die knochenpfeile ja wobei ich sollte mir die schon machen kann ich schon nach 14 stück erst noch nicht hat die knochen sind noch zu wenig noch sind die knochen etwas zu wenig aber da habe ich noch mal oxid ja zack nächster so, warte mal, ich hab doch bestimmt ja, da ist Wasser okay ich hab jetzt nichts gekochtes bei mir ah, da bald bin ich da bei der ersten Box er bin ein bisschen an die erste Mission wo ich diese Eile aufbauen musste und dann die Wildtiere kommen ich hab das böse Gefühl, dass es hier genauso sein wird ey, warte mal da hinten muss die Box sein vielleicht doch hier oben noch mal gucken, Moment da oben glaube ich, ne so, den nochmal schnell einkassieren so, reparieren warte mal, wenn ich jetzt das in den Nahrungsslot pack, dann ist das eigentlich immer da ne, ja aber der verbraucht ständig guck das mal an ach so, der macht jetzt das Ding ganz leer bis ich satt bin mhm, okay da ist die Versorgungsbox ach, du Grüneune natürlich Radarstandort ähm warte mal da muss ich hier geschwind was aufbauen, ne ok ja das sichere ich mich denn hier wieder ab und hier 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 Dann wird das schon klappen. Dann mache ich mir auf jeden Fall Knochenpfeile. Ähm, warte mal, wir machen auf jeden Fall mal vier Holzbalken. Oui. Oui. Hören wir die Versorgungskiste, ja? Wetter incoming, gleich die Regenschauer. Okay, warte mal. Hier Böden. Dann so eine Holzrampe da rein. Oh, ich guck mal, ne? Ich guck mal, ich guck mal. So, einmal das. Brauche ich auf jeden Fall noch Wände. Vorne zwei Stück, ne? Ja, je nachdem, wie schnell das Zeug eingerissen wird oder was da wirklich auf mich zukommt. Ähm, Rampe. Da hoch. Okay, D6. Kommt da so eine Tür rein. Und da eine Wand. Nochmal zwei Holzböden. Und 27 von den Dinger mal kurz bauen. Äh. Ähm. 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 Hätte die schon ganz gerne eigentlich... Ach so, weil die falsch umgesetzt sind. Och ja. So rum, so. Dann rasten die sich nämlich hier auch ein. So, und dann brauche ich nochmal eine Rampe nach da oben und nochmal so ein Deckelchen. Ah, warte mal. Da. Okay. So, Rampe nach oben. Zwei Böden nochmal, dann nochmal zwei von denen. Ja, schnell mal kurz was hinzaubern hier. Okay, eins, zwei, drei, vier Wände. Ja, zum Glück sind das so leichte Regenschauern noch. Na ja, Sturmaussetzung. Ja, ich mag diese Truhe noch nicht anrühren. Mag diese Truhe noch nicht anrühren. Eins, zwei, drei, vier. Da ist jetzt eigentlich scheißegal. Wollen wir vier Stück. Ja, Puls zu ist zu, ne? Eins, zwei, drei, vier. Hm, Fasern und Holz. Ein verstärkte Versorgungskiste, die ja aus dem Orbit abgeworfen wurde. Pass auf, nachher ist alles Quatsch gewesen, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon ganz okay, wenn ich das so mache. So, hier wende man. Machen wir gleich mal fünf Wände. Ja, nein, nicht fünf Wände. Ich habe jetzt zwei Wände. Ganz normal vier Wände bleiben. Und dann eine Holztür. Dann die Holztür. Schlafsack. Ich brauche mir hier gerne noch einen Schlafsack hin. Den packe ich mal hier unten hin. So, Erscheinungspunkt setzen. Für den Fall der Fälle, ne? Für den Fall der Fälle. Und eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn ich hier doch nochmal eine Wand nehme. Und nochmal eine Tür. Das ist denn so eine Sicherungstür, ne? Äh. Kollidiert? Ah, ja. Okay. Ich glaube, ich habe es. Das ist dann einigermaßen stabil. Ich habe nochmal... Ah. Uff. Bin mit da noch ein bisschen... Warte mal. Ich mache mal da einen hin. Da nochmal einen hin. Mal da. Na ja, komm. Hauen wir mir nochmal... Hauen wir nochmal sechs Stück da rein, ne? Ich meine, besser ist... Man kann nie vorsichtig genug sein. Mal da. Na, jetzt. Geh weg. Geh weg, du dummes Holz. So, da steckt schon einer drin. Genau da. Da geht's nicht. Da geht's. So, nochmal eins, zwei, nochmal drei Stück. Sicher ist sicher. Ob das natürlich was bringt, wenn die ankommen. Aber ich könnte doch tatsächlich gleich ein bisschen schlafen. Oh, warte. Wenn ich sowieso hier aufbaue. Oh, mein Wasser wird niedrig. Ähm. Hier, Lagerfeuer. Dann mache ich noch schnell... Wasser niedrig, Wasser niedrig. Oh. Wo ist nochmal Wasser? Da unten. Okay, das muss ich mir noch geschwind holen. Herstellung. Das da. Ja, dann komm. Dann hole ich mir mal geschwind Wasser. Ach, du heiliger Stroh, sei es da unten, ne? Aua. Warte mal. Essen, konsumieren. Äh, brr. Ja. Manoxid auch schon leer? Tatsache, manoxid ist auch schon leer. Aua. Das mache ich schon. Wenn ich mir sowieso da schon so ein kleines Lager aufbaue, dann... Warum nicht gleich richtig, ne? Ja. 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 Da ist nochmal Tiefenbau. So. Wasserflaschen. Warte mal. Das da, Eiswasserflasche. Ne, war nicht hier drin. Aua. Okay. Oh, jetzt komm schon. Muss ich erstmal wieder sehen, dass ich da rauf kommen. Ja, da rauf. Da ist eine Höhle. Das ist schön für die Höhle. Ja, so steil. Geht's leider nicht, ne? Äh, ne. Toll, da ist ja mein Wasser gleich schon wieder leer, bevor ich überhaupt oben ankomme. Gott, jetzt muss ich da einmal außen rumlaufen. Oh ja, das ist hier echt scheiße gebaut. Ich lege insgesamt 100 Kilometer im Wald zurück. Ja, das habe ich locker drin. Das ist, aber die Leute, jetzt wegen blödem Wasser, musste ich hier tatsächlich einmal runter. Das ist hart, das ist hart. Oh, guck mal, da eine Wassermelone. So, und jetzt einfach, ja, einfach da schnullstreichst geradeaus. Und dann kann ich nämlich auch mich hinlegen, mich hinlegen. Aber vorher werde ich mir was braten. Richtig schön braten. Dann habe ich mehr Energie. Na ja, komm mal, da oben ist es doch schon. Mal gucken, hier kommen dann bestimmt auch sowas wie Wölfe, Bären. Ja, Wölfe, Bären, Jaguar vielleicht wieder. Okay, so, das Feuer ist schon hergestellt. Wie ist es mit dem Trockengestell? Na, warte mal, da kann ich doch mal ganz kurz, ganz, ganz kurz. Bei ein bisschen Fleisch zum Trockengestell habe ich doch auch schon. Mit dem Rest lasse ich da liegen. Weil verheddern die sich da drin, ja. Das wäre, das wäre cool. Ähm, ja, komm. Einfach neben mich stellen. Äh, wo bist du? So, noch gar nicht fertig. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Bist du noch gar nicht fertig? So. Ein bisschen Holz da reinpacken. Die Viren. Das lasse ich mal. Ne, das ist ja gar nicht dafür gedacht. Das mache ich da rein. Weil es ist schon verdorbene Sachen drin. Grüner Tee weg. Sojabohnen weg. Das weg. Das weg. Okay. Okay. So, dann habe ich es gleich geschafft, ne. Den weg machen und da aber auch gleich rauswerfen. So, wie sieht es mit Knochenpfeilen aus? Fünf Stück. Ja, das reicht. Ach so, nee, warte. Ich glaube, das ist ja hier. Dann R. Meine Knochenpfeile. So, kurz ins Bett legen. Sieben Uhr. Ja. Okay, ich bin perfekt ausgerüstet. Ich würde sagen, bin bereit. Öffnen wir das Ding. Da ist nur das Teil drin, ne. Radarstandort. Okay. Ja. Das war's. Wir reden Station 1. Activated. Keep it up. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, lol. Alpha und Gamma noch. Ähm. Oh, mein Gott. Und ich habe da schon befürchtet, da kommt sonst was, ne. Alter. Ah. Okay. Warum auch nicht. Ist doch egal. Hat Spaß gemacht. mich da mal so schnell aufzubauen. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Ja. Okay, das dauert jetzt immer noch ein bisschen. Ähm. Das kann ich wegschmeißen jetzt. Das auch. Das auch. Ah. Okay. Da ist wirklich jetzt gar nichts passiert. Vielleicht bei der letzten Station, ne. Aber ich habe ja zumindest mal einen Spawnpunkt hier. Zumindest mal etwas. Das finde ich vollkommen okay. Der Nahrungsjahr finde ich auch ganz gut. Okay, dann lasst uns mal weiter dackeln. Und zwar ist dann der nächste, nämlich den da, ne. Nämlich den da. Mal nach hier unten. Zack, zack. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das wird die einfachste Mission aller Zeiten hier, wa? Deswegen gibt es da auch so wenig Punkte für. Okay, warte mal. Das ist jetzt schon vorbei. Konsumiere mal. Okay. Ach, ja. Der hat ja noch gesagt, allerdings wird es ja vielleicht den Wildtieren nicht so ganz gefallen. Ähm, ja, Pustekupen. Wildtieren, das ist völlig egal hier anscheinend. Oh, da ist ein Wolf. Da auch. Da ist ein Wolf. Der läuft da rum. Ach, der ist hier hintergespawnt. Ja, ja, ja. 20 Stunden lang auf dem Planeten. Ich lebe 20 Stunden lang auf dem Planeten. Ja. Gut, mittlerweile bin ich ja auch recht geübt, ne. Ich habe zwar noch keine Schießgewehre oder so, aber das macht ja überhaupt nichts. Äh, darf ich da hoch? Ach, komm. Ehrlich jetzt. Alter. Pass auf. Bei dem bereite ich jetzt nichts vor. Und dann gibt es das böse Ende. Ja. Aber soll ich euch was sagen? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Jetzt.